Spuk unter den fünf Eichen Nahe bei Erzen liegt ein Dorf, heißt Sechsen, und nahe diesem Dorfe standen fünf alte Eichen. Jetzt stehen nur noch drei. Man nennt es aber immer noch unter den fünf Eichen. Dort tollt zur Nachtzeit gräulicher Spuk umher. Schwarze Riesenhunde mit feurigen Telleraugen und rasselnden Ketten, dreibeinige Hasen, lustiges Galgengesindel vom nahen Totenberge, schwarze Raben, Fledermäuse so groß wie Nachtäulen, rennen, kriechen und fliegen durcheinander. Man sieht wohl auch nackte Jungferntanzen von gräulicher Gestalt. Einstens gingen zwei Burschen von großen Berkel, wo sie gearbeitet hatten, nach Sechsen zurück. Denen begegnete bei den fünf Eichen ein wunderliches Spukding. Es hatte weder Kopf noch Arme, noch Füße und hullerte auf sie zu und ließ ein Stöhnen hören. Der eine Bursche wollte beherzt darauf zugehen, der andere aber riß den Kameraden zurück, zu seinem Glück. Ein alter Chirurg aus Erzen hatte noch spät einen Kranken besucht, und als er an die fünf Eichen kam, da saß ein weißes Kaninchen am Wege. Das fing der Chirurg, tat es in seinen Schersack und trug es fort. Aber je weiter er ging, je schwerer wurde der Sack. Er konnte ihn zuletzt nicht mehr tragen, setzte ihn hin und öffnete ihn. Da stieg ein Ding daraus hervor wie ein Mondkalb, über alle Maßen abscheulich. Das fauchte ihn an, und da lief er, was er laufen konnte, und ließ den Sack samt allem Gerät darin im Stiche. Ein anderes Mal kam ein alter Mann des Weges, auch schon spät am Abend. Da saß an den fünf Eichen eine weiße Gans. »Gott«, dachte der Mann, »was soll sitzen hier über Nacht die schöne Gans? Ich will sie doch nehmen mit mir und will sie fett machen.« Die Gans aber wollte sich nicht gleich fangen lassen. Sie zischte und schlug heftig mit den Flügeln. Der Mann aber wurde ihrer endlich doch her und steckte sie in die Kiepe, die er trug. Wie er aber weiter ging, so dachte er, »Gottgerichter, was ist doch die Gans so schwer, wenn ich sie doch nur erst daheim hätte!« Aber er brachte die Gans nicht heim. Er mußte stehen bleiben. Da rief es aus der Kiepe, »Gleich trägst du mich wieder unter die fünf Eichen, vermaledeiter!« Ach, wie zitterte und bebte da der arme Mann! Half aber alles nichts, er mußte gehorchen und die schwere Last wieder zurücktragen. Zum Glück wurde sie nun wieder mit jedem Schritt leichter, wie sie erst schwerer geworden war. Und wie der Mann dort bei den Eichen war, kroch ein uraltes, spindeldirres Weib, fast mit einem toten Schädel und roten Augen und haut wie Pergament aus der Kiepe und sagte, »Danke auch schön, dass du mich getragen hast!« und gab ihm einen Schlag ins Gesicht, daß er um- und umtaumelte. Hinter ihm drein aber rief aus den fünf Eichen eine spottende Stimme den Neckereien, »Wer mir die Gans gestohlen hat, der ist ein Dieb! Wer mir sie aber wiederbringt, den hab ich lieb!« Der arme Mann hat fast den Tod davon gehabt und hat weder bei Tage noch bei Nacht jemals wieder Verlangen getragen, eine Gans, die nicht sein war, zu fangen und heimzuschleppen. Wollte auch niemals unter den fünf Eichen lieb gehabt sein. Wollte auch nicht durch den Tod der Sp GORDON Vielen Dank.